Von einem Referenzmodell spricht man, wenn es ein allgemeines Modell für eine Klasse von Sachverhalten ist, das folgende Eigenschaften hat. 1. Auf Basis des allgemeinen Modells können spezielle Modelle als Grundlage für die Konstruktion ganz bestimmter Sachverhalte geplant werden. Das allgemeine Modell kann als Vergleichsobjekt herangezogen werden. Das heißt, es ermöglicht Vergleiche mit anderen Modellen, welche die gleichen Sachverhalte beschreiben. Das Referenzmodell stellt somit ein Modellmuster bzw. Entwurfsmuster dar, das als idealtypisches Modell für die Klasse der zu modellierenden Sachverhalte betrachtet werden kann. Ein Grund für die Entwicklung von Referenzmodellen ist die Wiederverwendbarkeit von bestehenden Modellen, was eine Kostenreduktion bei der Modellerstellung mit sich bringt. Weiterhin ist die einfache Modifizierbarkeit von Vorteil, da sie zur Erfüllung neuer bzw. geänderte Anforderungen oder zur Anpassung der Modelle an spezifische Anforderungen von unterschiedlichen Benutzergruppen beitragen kann. Außerdem kann sie für die generelle Beschreibung von Systemen, z.B. bei der Systemauswahl, als Vergleichsstandard genutzt werden. Arten- und Einsatzgebiete Standardsoftware-Referenzmodelle beschreiben Strukturen, Funktionen und Abläufe, wie sie durch die Verwendung einer speziellen Standardsoftware unterstützt werden. Softwareunabhängige Branchenreferenzmodelle dienen der Beschreibung von typischen, branchenspezifischen Prozessen und Strukturen, was man auch unter Common Practice versteht. Einsatzgebiete sind reichhaltig vorhanden. So verwendet man Referenzmodelle als Ausgangspunkt der Entwicklung eines spezifischen Unternehmensmodells. Es führt damit zu einer Vereinfachung der Modellierung. Weiterhin dienen sie mit Hinblick auf die Unterstützung bei der Einführung von Standardanwendungssoftware zur Dokumentation. Im Bereich des Benchmarking vergleicht man Referenzmodelle mit tatsächlichen Unternehmen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen. Des Weiteren kann man mit ihnen auch eine Sammlung von Erfahrungswissen anlegen. Beispiele Die von Neumann-Architektur ist ein 1945 vorgestelltes und bis heute überwiegend verwendetes Referenzmodell für Computer. Bei den Netzwerkprotokollen gibt es insbesondere das OSI-Referenzmodell und das TCP-IP-Referenzmodell. Die meisten Grafikkarten liegen vom Hersteller der Grafikprozessoren in der Referenzbauweise vor. Den Herstellern der Grafikkarten liegt es meist frei, diese Bauform zu übernehmen. Für die Prozesse in der Supply Chain gibt es das SCOR-Referenzmodell. Sie hörten den Artikel Referenzmodell, gesprochen am 30. Mai 2013, von Marc Kohaupt, mit dem Benutzernamen Debuglevel. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-referenzmodell. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 und portet, sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.